Hallöchen, hier ist mal wieder Exido und wir machen weiter. Wahrscheinlich mit dem Ende des Ganzen. So, Stage Select. Es gibt keinen Zweifel in meinem Geist. Dieses ganze Inzidenz hat Sigma alles über ihn geschrieben. Warte mal, Scheiße. Och nö. Das ist doch nicht... Habe ich vergessen zu speichern? Mist. Hallöchen, hier ist wieder mein Exido. Ach Quatsch, das brauche ich doch gar nicht mehr sagen. Ihr habt es ja gerade eben schon gesehen, dass ich mich schon vorgestellt habe. Ja, und zwar, weil ich war mal wieder so doof und habe nicht gespeichert. Deswegen musste ich das Ganze nochmal spielen. Oh so, und jetzt sind wir wieder beim normalen Status. Außer, dass mir jetzt diese drei Rare Metals, die ich letztes Mal geholt habe, fehlen. Ist aber scheißegal, die bringen mir nix hier. So, übersetzen wir mal. Ich kriege gerade mehrere Maverick-Signale von der Mondoberfläche rein. Was ist das? Ich denke, es ist Sigma. Wie kannst du das sagen? Ich kann es auch sehen. Ich kann es auch spüren. Es ist er. Also, heißt das, der andere war eine Kopie? Sieht so aus. Nun, das ist es. Sigma, ich komm zu dir. Hier geht's, Hunters! Lass uns gehen, Hunter! Und so. Ja. So, jetzt guck ich mal. Ich habe ja theoretisch ein paar Metal-Metalle eingespart. Ich nehme mir davon schon mal einen Retri-Chip. So, was haben wir noch hier? Life-Tanks, Weapon-Tank haben wir alle jetzt aufgeladen. Also dürfte das... Was ist das? Oh, Hyper-AT. Nicht schlecht. Das kann man nun mal gut gebrauchen für die Double-Attack. Escape-Boost ist scheißegal. Äh, so. Hier. Saber-Skill. Ah, Saber-Skill 2 hätte ich auch gerne gehabt. Dann wäre das bestimmt richtig gut gewesen. Äh, naja. Ja, ich habe leider nicht die Metalle dafür, von daher... Wird nichts. So. Und dann, deswegen werde ich auch jetzt überlegen. Nehme ich Zero und Axe oder nehme ich Axel und Axe? Oder nehme ich mal Zero und Axel? So habe ich den Gegner noch nie besiegt. Ich mach das mal. Dann wird es wenigstens auch schwer. Dann könnte es eine Weile dauern, bis ich... So. Nehmen wir jetzt einfach mal Aylia als Navigatorin mit. Einfach um... Nur so. Dadurch kriegen wir keinen Vorteil oder so. Aber wir kriegen mit, dass da auf dem Mond irgendwas ist. Das sehen wir uns jetzt an. Ist nichts besonderes, ehrlich gesagt. Sondern einfach nur so... Hm... Weiß nicht. Das ist... Aylia... Kennt... Ihr mich hören? Sigma... Block... Signal. Ja. Das war's schon. Damit... Woppa. So. Ich glaube, mit den beiden Charakteren wird es echt schwer. Weil... Axe ist overpowered und die sind's nicht. Uah. Au. Verdammt. Und damit hätten wir schon unseren ersten Tod verursacht. Hohoho. Ja. Schlecht. Ein Retry Chip weg. Tum. 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 Da kommt... Wäre fast der nächste gewesen. Oh. Nö, das war der zweite. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Wie blöd stelle ich mich gerade an? So, jetzt werde ich erst mal auf Axel wechseln. Ja, ich weiß, das kennen wir schon. Nein, diesmal nicht. So. Da stirbt er. Und der auch, wenn es geht, bitte. So, jetzt mal auf Zero. Nö, hä? Was zum? Och nö. Jetzt gibt es ein riesen Problem, weil meine Retried Chips sind weg und ich habe keine Metalle, um neue zu kaufen. Was für eine Scheiße. Hm. Klappt das? Ne, das wird niemals klappen. So, jetzt einfach nur so. Zack. Hätten wir auch gleich so machen können. Ach ey. Na komm. Na du auch. Blöder Turm. So. Bam. Und du auch. Ah, der will nicht. Hm. Was mache ich da? Das klappt nicht. Ja, das hat geklappt. Das war sehr schön. Puff. So, jetzt wieder die normale Waffe. Oh, Schwertkampf vom Feinsten hier. Uiuiuiuiui. Das war ja so schwer jetzt. So. Also bisher sieht es scheiße aus, weil ich habe nur noch ein Leben, um... Ah, fuck. Hier weiterzukommen. Oh, ich werde es umgekehrt. Ha. Ach, einfach durch. Oh, Alter. Ich bin an fünf solchen Rap-Plots vorbeigekommen. Das muss man erst mal nachmachen. Ja, okay. Die tun ja auch nicht viel. Einfach nur mittendurch muss man und fertig. Und guck mal, wen wir da wieder haben. So. So, du weigerst dich also immer noch, deinem Schicksal, äh, nee, diesen Scheiß hier aufzugeben, oder was, ach, was weiß ich. Ja, andererseits, das könnte man genauso gut, weil, Frank, ey, wie oft ist der schon jetzt so besiegt worden, und, ja, kommt immer wieder zurück. Was für eine Scheiße, ey. Bist du so blind, dass du dich selber davon überzeugt hast, dass, äh, noch Hoffnung da ist? Wenn ich alles tun muss, ist, dich zu töten, dann bin ich voll von Hoffnung, Buster. Was? Also, wenn ich, äh, wenn das Einzige, was ich noch tun muss, ähm, dich, äh, ist, dich zu töten, oder zu besiehen, dann bin ich voller Hoffnung. Buster, Buster, Buster? Ist das eine Beleidigung, sowas wie Bastard, oder was, äh, ich weiß nicht. Ha, 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 ha. Ich denke, es wäre, es wäre, es wäre Verschwendung, dich einfach nur zu zerstören, jetzt. Vielleicht warte ich bis zum letzten möglichen Moment und hab ein bisschen Spaß damit. Ja, Spaß mit mir kannst du nicht haben, ne. Ich, 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 ich stehe nicht auf sowas. Bombs, genau so. So. Bombsen. Autsch. Shit. Jetzt wird's nämlich scheiße, weil der ist ja so. Äh, ich könnt ja mal, ich könnt ja mal den Shadowrunner probieren. Oder Eis. Eis hat ziemlich gut sich erwiesen gegen den. Äh, jetzt ist wieder nüscht mehr. Dann muss ich wieder auf die Axel Bullets umsteigen, weil, es ist so. 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 Jetzt Ice Gatling. Autsch. Ah, shit, nicht getroffen. Ah, seht ihr? Damit geht's. Aber trotzdem, ich hab ein Problem. Hyosho. So, damit hätten wir das. Jetzt dürfen wir wieder mal... Äh, nein, ich steig auf Axel um und der macht so. Bombs. Autsch. Shit, so. Äh, Zero. Nein, verdammt. So. War schön. Wusch. Hoch. Haha. Schön. Jetzt wieder Axel. So. Und... Wusch. Ah, nein. Wusch. Wusch. Geh für's. Ich hab's mir gehalten. Hör. Hör mir aus. Hier ist er tot. Wusch. Ach, xah. Der muss doch endlich... Äh, jetzt ist er tot. Oh, schön. Bisher ging's gut. Also, obwohl Axel nicht dabei ist, äh, sehr schön. Jetzt haben wir halt mal die anderen beiden Rollen. Ein bisschen mehr. Don't get lonely, Vile. Dein Boss will be joining you in the Scraphebs soon enough. Äh, du wirst nicht allein sein, weil dein Boss wird dir, äh, wird gleich zu dir kommen. In, was? In Schrotthaufen oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So wird's sein. Lass uns gehen. So. Buh, Tür geht zu. Was? Ah, ha, 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 ha. Ja, äh, da ist er immer noch. Bam. Oh mein Gott. Axel. Uhu, nein. Verdammt, jetzt muss ich Zero hier alleine durchschlagen. Und wir haben ein Problem, denn wir haben hier, oh. Bäh. Bäh. Nein. Oh nö. Das Problem ist, keine Retry Chips. Ich muss nochmal, Vile, besiegen. Weil ich mich, äh, ne, am Anfang so doof angestellt hab. Sehr schön. Hier, Chip Development. Verdammt, ich krieg einen Retry Chip raus. Das wird nix. Ich muss, ich muss unbedingt Metals sammeln. Und ich weiß wo. Dann kann ich das nochmal zeigen. Was? Jetzt noch ne Intermission ist klar. Wo haben wir's? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist die Intermission von... Die ist auch gut zum... Hey. Zum, zum, zum Metals sammeln. Ey, das passt doch grad echt. Super. Dass diese Intermission gekommen ist. Dann kann ich's euch mal zeigen. So, dann nehm ich dafür Axel. So, dann kann ich's euch mal zeigen.